was warte mal drei minuten bis deathmatch hey leute zu einer weiteren minecraft server games hier auf der map sky games mit ach das ist okay wie viele tun wir haben 175 so und in zehn sekunden geht es da los wir stürmen natürlich direkt in die mitte elektrotitte und wollen uns eine schöne truhe snacken am besten mit einer waffe das ging doch ganz gut oder das steinschwert habe ich nicht bekommen schade aber ein bogen wäre auf der map natürlich sehr sehr geil sowie auch ein dingensen eine angel wegen den inseln und so und ja auf dieser map kann man halt auch was ausrichten wo angel cool wenn man keine waffe hat das ist auch teilweise das gefährliche da darf man die typen mit der hand nicht unterschätzen das sieht noch ein team aus dahinten oder was war das okay okay ihr schlafenden bina und dann wollen wir euch mal runterhauen ja ich kann echt nicht mit der angel umgehen ich bin so schlecht okay er hat den bogen die monge haben und ich sagen oder aber ich will nicht runter schubsen verdammt ich habe runter geschubst mist verdammt ich wollte den bogen haben wir haben so viele pfeile was da okay der action typ hat den mit der besseren waffe runter geschubst läuft bei ihm kann er gut wie es aussieht okay haben ihn getötet okay jetzt war der kill ja der wurde gezählt mit dem runterschmerzen finde ich gut und da ist auch noch ein name okay fängt schon richtig action reich hier an ja wir haben ja bogen cool daten bogen geil finde ich gut okay der ist unter uns ja was machen wir okay jetzt haben wir gereckt jetzt ist alles eigentlich ziemlich chillig und beginnen lieben freund mal besuchen der hier alles rausgeräumt hat und mit seinem schönen steinschwert angibt oder so und uns in aber schützen möchte dies nun nicht erfolgreich und wir haben fast eine voller und ja finde ich nur so den ort kenne ich hier gar nicht also es ist eigentlich ziemlich gefährlich sie noch fallen aus hier können ja nur fallen sein hier ne okay spannend spannend stick haben wir haben wir nicht okay da ist unser braun hier geste king ich will dich töten toten was warte mal drei minuten bis deathmatch was zum das ist ja geil alter drei minuten leute drei minuten wie geil das ist ja richtig witzig das ist ja richtig witzig alter es geht einfach so schnell genau ja geil okay noch zwei doch 30 sekunden ja geil wir sind auch ziemlich gut ausgerüstet also hier genau steinschwert zum block hätten wir sind auch ziemlich gut ausgerüstet wir sind zu dritt jetzt darf es nur kein team sein das wäre uncool aber sonst okay das runtergefallen das darf nur kein team sein dann wäre das die perfekte runde und große map zuerst auf den und der chillt in der lava der läuft bei ihm haben wir den und können uns ein dir schwert und schießen den ab was war denn das für eine runde bester name kampfschlaf kampfschlaf lp ja kampfschlaf lp gut ja das war ja ziemlich easy hier ne dann machen wir gleich noch mal eine runde also wie lange ging das vier minuten leute sowas hatte ich auch noch nicht okay wir sehen uns gleich in der zweiten runde wieder so und da sind wir auch wieder in der zweiten runde mal schauen ob die auch so schnell vorübergeht wäre cool aber ich denke mal welche map war das das war die map sky games und da sind wahrscheinlich ziemlich viele runter gefallen also hier wird das wahrscheinlich nicht der fall sein auch wenn sie nicht die groß der map hier ist ne und wir wollen natürlich alle hier auslöschen in der vorherigen runde hatten wir fünf kills und ja ich habe mir hier falls es nie so spannend wird auch ein thema rausgesucht aber es bleibt den spielern überlassen spannend wird und okay bogen sehr gut gefällt mir da kommt schon ein gegner nicht okay da ist aber einer der für uns ein steinschwert parat hat das wir natürlich gerne entgegennehmen von ihm so geschenke ne so und so so okay holen wir noch eine brustplatte dann sind wir voll equipped also voll gerüstet würde ich sagen ach da ist ja man muss immer nur danach fragen man muss immer nur danach fragen und ja ich habe mir das thema genommen was ich denn damals so in der nubi zeit gemacht habe also was hatte ich ja schon mal aber okay ein team super finde ich gut finde ich gut so teams wisst ihr von mir mag ich sehr vor allem wenn sie mich spielen und den typ sollten wir eigentlich kriegen moment lassen wir mal gucken wir bewegen uns erst mal ein bisschen weg vom team ja okay jetzt mich verhungern vorher erschreckte mich hier der schlabiner wieso treffen die mich nicht was los mit den leuten okay wo ist der da okay du schlabiner ich weiß dass du da bist du komm 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 du schlafende wiener naja in der zeit kann ich mir erzählen also mein erstes haus was schreibt er nichts okay cool ah er hat euch ein goldapfel gegönnt juckt mich nicht er stirbt trotzdem ähm äh hab ich voll den faden verloren okay da ist der nächste gegner jetzt warst du nochmal action reich äh äh ja jetzt sind wir ziemlich gut equipped so essenstechnisch haben wir auch gut ähm erstmal was essen ich hatte so ne mein erstes haus war in so einem in so einem Berg ne und das war halt ich dachte da kommt einer das war halt innen komplett ausgekleidet mit schwarzer wolle sah richtig cool aus hatte auch einen kamin aus mossy cobblestone sah eigentlich ziemlich cool aus also besser als das was ich heute baue so ne und scheint da oben zu sein da wollte ich mal ein screenshot machen ne da wollte ich einfach mal ein screenshot machen da kam einer von hinten das war uncool aber gut ähm oh ich schicke im burger ades online servus so komm her du schlafende wiener du was ich für sprüche hab alter wir sterben komm oh da hast du ein eisenschwert oh und er ist gestorben aber er hat sein eisenschwert nicht weggesprengt oder ne hat er nicht gut oh hat er auch diamanten hier ein diamant cool cool ähm da freuen wir uns natürlich und noch mehr eisen ok können wir uns hier gleich mal eine Feldhacke machen das wäre ja super sinnvoll ähm jo gut dann äh ja ich verliere die ganze Zeit den Faden so richtig schlecht freisprechend ne aber gut ähm ja so richtig schlecht aber gut es geht wieder super schnell vorbei er läuft ne ähm ja da war vor mir noch ein Garten ich versuche mich jetzt mal kurz zu fassen und da ist ein Gegner mit dicker Rüstung die ich haben möchte ähm vor war ein Garten da habe ich Schafe gehalten um halt okay ist das der mit dem Feuerzeug ich glaube der hat ein Feuerzeug ne wer weiß ich fände es nicht cool ähm ja davor hatte ich halt einen Garten mit Schafen die ich gehalten habe und ein Eisengolem einfach so weil er cool ist ne und weil der nicht im Haus chillen konnte ja der hat da habe ich so eine Art Mobfarm dann gemacht ich habe das umzäunt und hab da drum dann Blöcke gemacht und dann sind die Monster da äh habe ich mich hingestellt und die Monster sind halt gekommen ne und der Eisengolem hat die dann alle getötet das war so eine Art Mobfarm so ein richtig schlechter aber also man musste halt anwesend sein für die Mobfarm und man hat keine XP bekommen das war naja ok ähm da wusste ich ja noch gar nicht so was zu enchanten genau ich hatte ein Enchantmentable aber wusste nicht wie man enchantet also ich wusste nicht dass man dafür Level braucht hab ich mich die ganze Zeit gewundert hä wieso funktioniert das nicht jetzt in der 1.8 braucht man ja glaube ich Level und Lapis Lazuli also Lapis Lazuli auch ob ähm Level jetzt auch äh weiß ich nicht ok wir können uns jetzt mal einfach dreist die Hose von dem Typen so äh Brustpanzer gerne so während die da fighten ne ähm ja das war so mein erstes Haus hatte auch ein zweites Stockwerk hatte einen Keller da hab ich dann Thron gelagert und mir gefällt das gar nicht mit deinem was du da machst mit deinem Feuerzeug hey kenn ich den nicht äh was war los mit dem alter was war denn los mit dem tja ja der stand da einfach ganz gechillt erstmal ne komm da ist Wasser es hat keinen Sinn mein Freund und ich hab nen Bogen das hat keinen Sinn wenn der Wasser ist aber Bogen bringt auch nicht wenn man nicht treffen kann ne komm her komm hey was ist da los komm her du kehrt auch nen Bogen ach komm mach doch dein scheiß Feuerzeug noch kaputt hier komm ja komm gönn dir Eisenschwert und lass mal das Feuerzeug liegen das wär viel cooler sag mal hat der kein Schwert sonst würd ich ihm als geben er hat ja jetzt eins aber hat der kein Schwert was ist los mit dem Jungen ohne Witz was ist denn los mit dem Jungen und wieso treff ich ihn nicht alter oh das war natürlich Genius von mir ach komm ich wollte es dir ne schnelle Runde wieder ja ach komm leck mich doch ohne Witz das ist uncool er will dass ich ins Wasser geh so 360 komm jetzt mein Junge komm du noch das Streu das Heu an komm das ist uncool das du machst hier mit deinem scheiß Feuerzeug alter das ist uncool komm haben wir gleich zwei Winnerrunden am Stück hier was ist da los obwohl ich sollte ihn nicht unterschätzen ne also ich sollte ihn nicht unterschätzen und ich hätte mein Eisenschwer nicht da liegen lassen sollen ähm ja lauf nur lauf mein Freund kannst du machen ach man ich lauf wie ins Feuer wie so ein behinderter alter also nix gegen behinderter aber man ey jetzt muss ich ihm meine Heal Potion dafür noch ausgeben also musst du nicht aber ich mach es einfach weil halt hm wann geht dein scheiß Feuerzeug denn mal kaputt hm er müsste dich mal selbst anzünden einfach 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 aus Ironie hier komm jetzt scheiße ich einfach mal drauf was ich brenne hier was flähne ich rum geh mal ins Wasser aber dann rennt er weg ach komm nee wir machen jetzt kein unentschieden jetzt jetzt ist mir scheiß egal entweder du gewinnst oder ich jetzt ist mir scheiß egal wenn es hier unentschieden gibt dann bin ich wütend ja es wäre uncool mit salzen ich habe einen Ohrwund sorry so g man hoppala g g okay okay also dann beenden wir das mal ne wenn dir das Video gefallen hat dann lass doch ein Like da noch ein Kommentar denn Kommentare mag ich eigentlich am liebsten und dann bis zum nächsten Mal vorausgesetzt und dann ja ciao